Sehr oft wird mir die Frage gestellt, was ist Kitzbühel für Unternehmer? Und für mich ist der Bezirk Kitzbühel ein sehr attraktiver und starker Standort mit hoher Lebensqualität. Wir haben hier über 90 Prozent Klein- und Mittelbetriebe, die letztendlich sehr gute Arbeit leisten. Kamera läuft und Action! Bei uns ist nicht nur die Region als Tourismusbereich sehr begehrt, teilweise auch für Zweitwohnsitze, aber in erster Linie sind hier in unserem Bezirk sehr, sehr viele Leitbetriebe aus Gewerbe, Handel, Tourismus und Industrie angesiedelt. Meine Schwerpunktthemen in erster Linie sind die Bekämpfung des leider noch immer bestehenden Facharbeitermangels in allen Bereichen. Aber auch ein Schwerpunkt für mich ist die Forcierung der Ausbildung unserer Jugend, unserer Lehre. Und letztendlich auch versuchen wir, die Betriebsübergaben und die Neugründer bestmöglich zu unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017